Das Skigebiet Brauneck ist in nur 45 Minuten von München aus zu erreichen und befindet sich am Ortsrand von Lenggries in Oberbayern. Hier bringen euch 16 Anlagen auf 1700 Meter, so dass ihr die 34 Pistenkilometer perfekt genießen könnt. Jetzt möchten wir euch einige Pisten vorstellen. Zuerst die sportliche 4, die euch zum Ahornsessellift bringt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Klarerweise ist haben Brauneck auch für das leibliche Wohl gesorgt. Das ist ja auch ganz wichtig, auch wenn der Name von dieser Alm eher ein bisschen gewöhnungsbedürftig ist. Und natürlich dürfen wir nicht unterschlagen, dass es am Brauneck auch eine echte Weltcup Abfahrt zu entdecken gibt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 ZDF für funk, 2017 D Das war's für heute. 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 Das war's für heute.